Hallo und herzlich willkommen hier zum Winterkongress 2022 in der Roten Fabrik in Zürich im Clubraum. Es tut mir leid für die kleine Verspätung, wir hatten ein technisches Problem, aber jetzt sollte es klappen und kann es losgehen. Für die, die gerne während oder nach dem Vortrag noch Fragen stellen sollten, die sollen doch bitte den Link unterhalb des Videostreams verhindern. Ich bin logischerweise nicht alleine hier, bei mir hier ist Thomas Hug. Er ist vom Berufswegen Raum- und Verkehrsplaner bei urbanista.ch und nebenberuflich ist er in der Verwaltung von POSMO. Was POSMO genau ist und was er da tut, wird er uns gleich selber erklären. Verpackt in einen Vortrag, deren Namen hat, Datengenossenschaft für eine nachhaltige Mobilität. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch heute die POSMO-Genossenschaft näherzubringen und wie wir mit Daten versuchen, die Mobilität von morgen nachhaltiger zu gestalten. Ganz wichtig, ich stehe heute alleine da, aber hinter POSMO stehen verschiedene Genossenschaftsmitglieder, aber auch die Verwaltung. Wir sind alle in der POSMO-Genossenschaft dabei, manchmal aus unterschiedlichen Motiven, sei es Ethik, sei es wie bei mir Mobilität oder aus IT, Machine Learning hintergründen, was sehr spannend ist. Ich werde euch heute die POSMO-Genossenschaft aus der Mobilitätsperspektive, aus meiner Perspektive, versuchen näher zu bringen, aber natürlich, wir sind offen für sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Wo liegt überhaupt das Problem? Kann man sich fragen, wir sind in der Schweiz relativ gut aufgestellt, haben viel ÖV, in den Städten beginnt man immer mehr Velo zu fahren. Weshalb braucht es so eine Genossenschaft überhaupt? Vielleicht kennt ihr das Bild. In der SBB werdet ihr gefragt, wo bis wo fahren sie? Und die SBB versucht so herauszufinden, in etwa, was sind die Kundenbedürfnisse, wo braucht es welche Angebote? Mobilitätsdaten sind omnipräsent heute in unserem Leben. Die Frage ist, wie viel sind wir bereit zu geben? Die SBB sammelt nicht nur Daten, wenn sie uns im Zug fragt, sondern sie sammelt auch Daten, wenn man Fahrplanabfragen macht oder zum Beispiel in Projekten wie U-Move, Smartway oder auch mit dem SwissPass. Da kommt eine Unmenge Daten zusammen, aber wir zum Beispiel als Verkehrsplanerinnen oder als Städte, als Kantone haben relativ wenig Zugang auf diese Daten. Die sind also in einem Silo gefangen. Falls ihr Auto fahrt, das ist nicht nur die SBB. Google Maps kennen wir alle. Da geben wir unsere Daten, aber wir erhalten eigentlich eine ziemlich coole App dafür. Wenn man an Swisscom denkt, Swisscom verkauft die eigenen Daten auch und wir bezahlen sogar noch unsere Abos dafür. Vielleicht kennt ihr verschiedene News-Apps, Tagesanzeiger 20 Minuten, die haben alle Tracker. Dieses Startup hier, dieses rühmt sich sogar dafür, dass dieses Mobile-Targeting extrem genau ist und die Leute sehr genau auch trackt, wo sie sind. In all diesen Fällen haben wir als Datensubjekte, also als Menschen, die diese Daten aufzeichnen, keine Kontrolle darüber, was mit diesen Daten passiert. Wir wissen nicht, wofür sie genutzt werden. Wir wissen nicht, wofür sie eingesetzt werden. Und das Schlimmste eigentlich, normalerweise werden diese Daten, die wir preisgeben, dann gegen uns eingesetzt, indem sie unsere menschlichen Kaufinstinkte zu triggern versuchen. Heute sammeln verschiedene Daten und jeder sammelt für sich. Wir haben gesehen, die SBB hat ÖV-Daten in ihrem Silo, Strava hat Velodaten in dem Silo, TomTom hat Autodaten. Es ist alles in den Silos gefangen und es gibt keinen Austausch und es gibt keinen Zugang oder nur sehr begrenzten Zugang von aussen, um an diese Daten zu gelangen. Aber wirklicher Nutzen kann eigentlich nur entstehen, wenn solche Daten auch geteilt werden und nutzbar gemacht werden. Weshalb die Mobilität? Die Mobilität ist ein Kernfaktor im Klimawandel. Etwa 30% vom CO2-Ausstoss, den wir in der Schweiz haben, geht auf die Mobilität zurück. Einen sehr grossen Anteil auf Personenwagen. Die Mobilität wächst bis 2050 plus 80% beim Personenverkehr, ist eine Schätzung vom IPCC. Das Wirtschaftswachstum führt zu stärker Mobilität und offensichtlich eine reine Elektrifizierung wird dieses Wachstum nicht lösen können. Eine Elektrifizierung führt nicht zwingend zu einer CO2-neutralen Mobilität. Trotzdem, jeder Mensch ist mobil. Mobilität ist ein Grundbedürfnis von dem Menschen. Aber wir haben irgendwie die Lösung noch nicht, wie wir die Mobilität CO2-neutral gestalten können. Das liegt auch daran, dass wir eigentlich ziemlich blind sind, was die Mobilität angeht. Wir haben nicht viele Daten und wenn, dann sind diese sehr lückenhaft. Ich habe hier ein Beispiel. Das sind die Velozählstellen in der Stadt Zürich, die schwarzen Punkte. Das rote ist die Bevölkerungsdichte. Man sieht da eigentlich exemplarisch. Wir wissen nicht wirklich, wo die Leute mit den Velos durchfahren. Wir sind auf grossen Teilen vom Stadtgebiet blind und trotzdem planen wir Routen, Velorouten, anhand von eigentlich mehr oder weniger Gutdünken. Aber wir können uns nicht nach den Bedürfnissen von den Menschen richten in der Verkehrsplanung. Langer Räder, kurzer Sinn. Es gibt heute keine Kontrolle und keine Transparenz über die Mobilitätsdaten. Es gibt schon gar kein Mitspracherecht über Weitergabe oder Verkauf. Also ich kann der SBB nicht sagen, diese Daten dürft ihr an den Kanton Wallis nicht geben oder so. Oder ihr sollt sie dem Kanton Zürich zur Verfügung stellen. Es gibt keinen Zugang zu Wissen, um die grossen gemeinschaftlichen Probleme zu lösen. Also die SBB oder TomTom, die teilen die Daten nur sehr begrenzt aus. Und so ist es sehr schwierig, als unabhängige Institution oder als Forschungsinstitution an solche Daten zu kommen und dann auch wirklich gemeinschaftlichen Mehrwert daraus zu schöpfen. Heute sind vor allem Firmen mit Monopolen an diesen Daten beteiligt. Wir kennen auch das Beispiel Google. Klar, Individuen profitieren eigentlich von diesen Daten nicht. Also ich nutze Strava. Ich profitiere aber nicht davon, dass ich die Strava-Daten auf meinem Handy habe, ausser dass ich weiss, wie ich ungefähr der Velo fahre. Was ist die Lösung? Offensichtlich haben wir da schon eine Idee. Deshalb haben wir die POSMO-Genossenschaft gegründet. Aber ich beginne da etwas am Anfang. Weil Datengenossenschaften versuchen eigentlich, dieses System fundamental zu verändern. So, indem sie die Macht neu verteilen. Die Datenhoheit. Teilweise wird auch über das Dateneigentum gesprochen. Das ist juristisch ein bisschen schwierig, weil das Dateneigentum heute nicht wirklich abgetreten werden kann. Aber die Datenhoheit, also das Mitspracherecht, das versuchen wir eigentlich bei den Leuten zu lassen. Mit Data Trusts schaffen wir eine Struktur oder schaffen Datengenossenschaften eine Struktur, die eine unabhängige Aufsicht über die Daten bieten. Das Wichtige ist, das Ganze wird in einer Genossenschaft abgebildet. Das heisst, die Organisation selbst ist im Besitz der Mitglieder und kann nicht von einzelnen Institutionen kontrolliert werden. Weil One Person, One Vote, das ist ja eigentlich ein Grundprinzip in der Datengenossenschaft. Oder bei uns jetzt auch. Dann, wir kennen alle die Probleme von der Almende. Viele Leute übernutzen ein Gut. Wir versuchen das in einer Datengenossenschaft, eigentlich die Lehren, die man da aus der Almende gezogen hat, um diese Prinzipien auf die Daten anzuwenden. Dann, wenn man Daten teilen will, dann braucht es persönliche Datensaves. Also, ich muss irgendeine Möglichkeit haben, Leute auf meine Daten zugreifen zu lassen. Also, weil es geht nicht darum, dass wir kompletten Datenschutz wollen, also dass niemand auf meine Daten zugreifen kann, sondern ich will eigentlich, dass meine Daten für gemeinschaftliche Zwecke genutzt werden können. Und zu guter Letzt, für Research Partnerships, also wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem positiven Nutzen sprechen, müssen solche Daten genutzt werden können, dass wir dann ein Beispiel Modelle aufbauen können und herausfinden, welche Verkehrsmittel werden wie genutzt. Zum Beispiel jetzt ein aktuelles Thema sind die E-Trotti. Welche Verlagerungen passieren durch Reisen mit den E-Trottis und aus solchen Mobilitätsdaten kann man dann sehr wertvolle Inputs generieren. Das Genossenschaftsmodell ist ideal für so eine Datenstruktur, weil einerseits bietet es die Möglichkeit der dezentralisierten Wertschöpfung. Die Genossenschaft wird getragen von den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern und die können die Kontrolle auch über die ganze Organisation behalten. Was noch interessant ist an der Genossenschaft, dass der Ausgleich der unterschiedlichen Machtverteilung zwischen Anbieter und Datenerzeuger, also wenn ich jetzt als Datenerzeuger oder Datenerzeugerin in die Genossenschaft beitrete, dann kann ich in eine Rolle kommen, wo ich kontrollieren kann, für was meine Daten dann weiterverwendet werden. Das Modell ist nicht ganz neu. Ich habe hier ein paar Beispiele, wo es schon angewendet wird. So in der Schweiz vor allem sehr bekannt ist MiData. Dort werden Gesundheitsdaten, also ich kann meine Gesundheitsdaten der Genossenschaft zur Verfügung stellen. Die Genossenschaft stellt Ihnen dafür Forschungsprojekte zur Verfügung, zum Beispiel um Medikamente zu entwickeln und so weiter. Noch interessant ist zum Beispiel auch die Driver's Seat Cooperative. Da geht es darum, dass Fahrer von zum Beispiel Uber oder Lyft in den USA, die stellen ihre Daten dieser Genossenschaft zur Verfügung. Und diese Genossenschaft stellt die Daten dann Städten zur Verfügung, die so herausfinden können, wie sind diese Fahrverhalten von diesen Ride-Hailing-Birmen, die sonst die Daten halt nicht zur Verfügung stellen. Dann gibt es auch Beispiele aus der Aviation, wo Leute Flugdaten tracken mit Transpondern. Die haben sich, vielleicht ein bisschen Freaks, aber die haben Transponder bei sich zu Hause und nehmen da eigentlich so die Flugfrequenzen, den Flugfunk ab und stellen diese dann zur Verfügung. Oder es gibt Bibliotheken, die untereinander ein Verzeichnis von Büchern zusammenstellen und so die verschiedenen Bibliotheken partizipieren lassen. Da ist vielleicht noch interessant bei den Bibliotheken, das sind es nicht dann eigentlich Menschen, die die Genossenschaft bilden, sondern die Bibliotheken selbst, die dann diesen Mehrwert aus den Daten erzeugen. Wenn sie ein Buch erfassen, stellen sie es allen anderen Bibliotheken auch zur Verfügung, dieses Wissen, das sie ins Verzeichnis eintragen. Nun konkret, wie wir das bei POSMO umsetzen. Wir haben eine eigene App, die ist zwar im Moment noch nicht public, aber wir sammeln mit dieser App Daten über unser Mobilitätsverhalten. Das heisst, auf meinem Handy, da läuft jetzt diese App und die weiss jetzt, dass ich hier in der roten Fabrik bin. Und aus diesem, dieses Wissen, dieses kann dann zum Beispiel der ETH zur Verfügung gestellt werden, indem die ETH berechnet, okay, er ist mit dem Velo gekommen, wahrscheinlich ist es schönes Wetter, was könnten wir noch weiter daraus schliessen, hätten wir vielleicht eine Busstrecke machen können oder so ähnlich. In der Genossenschaft POSMO haben wir ein Ostrom-System, das heisst für jeden Tag, den man validiert, also das Machine Learning ist heute noch nicht genug gut, dass man sagen kann, es ist zu 100% genau und es erkennt automatisch, was ich mache. Und ich validiere jeden Tag und das gibt mir Ostrom. Also ich habe dann eine Währung in der Genossenschaft selbst, die, je mehr ich mich tracken lasse, desto mehr erhalte ich von dieser Währung. Das sind, bei uns heissen die Ostrom. Und wenn dann einmal Daten verkauft werden können, aus dem Pool, aus dem Datenpool, dann erhalte ich eigentlich basierend auf meiner Ostrom-Währung, wird mir dann eigentlich Geld ausbezahlt, dass meine Daten effektiv erzielt haben auf dem Markt. Vielleicht ein bisschen visueller dargestellt, sieht das so aus. Ich habe die App. Die App, die zeichnet GPS-Daten auf, die zeichnet aber vor allem auch mit den Beschleunigungssensoren verschiedene Daten auf. Ein Technologie-Provider, also das ist normalerweise der Provider der App, da gibt es heute auch verschiedene, der prozessiert die Daten, um erkennen zu können, welches Verkehrsmittel das war. Also jetzt merkt die App eigentlich, ich bin nicht mobil, ich stehe an einem Ort, aber es würde zum Beispiel auch merken, wenn ich im Zug sitze, ah, jetzt ist es ein Zug. Und aus diesen Daten können wir dann offensichtlich Auswertungen machen, die interessant sind für die Verkehrsplanung. Oder zum Beispiel, wir kennen das auch aus dem Covid-Monitoring, da wurden auch solche Auswertungen gemacht, wo dann zum Beispiel geschaut wird, wie hat sich der Radius, der Bewegungsradius der Menschen verändert. Das sieht dann etwa so aus, auf der rechten Seite die App selbst. Also da habe ich aufgelistet, mit welchen Verkehrsmitteln war ich unterwegs. Auf der linken Seite jetzt ein Beispiel, wo ich sehr multimodal unterwegs war, mit Zug, mit Auto, und das dann auf der ganzen Karte. Wie gesagt, ich muss jetzt da eigentlich an dem Beispiel nichts mehr machen, weil das Machine Learning hat automatisch gemerkt, als ich mit dem Zug unterwegs war oder als ich mit dem Auto unterwegs war. Und diese Daten, die kann man dann eigentlich in anonymisierter Form Städten oder Forschungsinstitutionen zur Verfügung stellen. Mit der Anonymisierung ist das natürlich immer eine Sache, weil es sind sehr sensible Daten. Also wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann würde man relativ schnell merken, dass das ich bin, der von zu Hause zur Freundin zu einem Kollegen gefahren ist und wenn man eigentlich zwei Tage hat, dann würde man auf persönlicher Basis merken, dass das meine Person sein muss. Also die Anonymisierung ist sehr schwierig. Deshalb wollen wir eigentlich die Daten auch nicht rausgeben, sondern dann auf unseren Servern direkt prozessieren, sodass das bei uns immer bleibt. Die Postmogenossenschaft hat verschiedene rechtliche Institutionen. Einerseits die Menschen, die drei, die ihr vorher gesehen habt, ganz zu Beginn, das ist die Verwaltung. Das ist eigentlich momentan so ein bisschen die geschäftsführende Stelle auch. Wir machen das teilweise ehrenamtlich, teilweise haben wir auch ein bisschen Geld, um das zu finanzieren. Dann haben wir eine Ethikkommission, die ist aktuell grösstenteils ehrenamtlich. Die Ethikkommission, die kontrolliert die Verwaltung und die entscheidet auch, ob ein Projekt, also eine Anfrage, um die Daten zu nutzen und ob die gemeinschaftlich ist oder nicht. Und diese beiden Organisationen werden von den Genossenschaftlerinnen und Genossenschaften gewählt und kontrolliert. Was auch noch wichtig ist, wir haben ein AI-Oversight-Board. Das wird von der Ethikkommission bestimmt. Und dieses Oversight-Board erhält Zugang in die ganzen Machine Learning Daten. Bei uns ist das die Data Map AG, die das Machine Learning macht. Und das AI-Oversight-Board, das kann eigentlich schauen, sind diese Algorithmen, die da angewendet werden, dann sind die auch ethisch vertretbar, gibt es da krasse Fehler, die dann auch sich in den Daten niederschlagen. Offensichtlich funktioniert eine Datengenossenschaft nur, wenn man eine grobe Idee hat, wie sich das auch finanzieren lässt. Wie gesagt, im Moment leben wir vor allem von Förderungen und noch nicht von einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Die Idee ist eigentlich, dass wir als Datenproduzentinnen und Datenproduzenten, wie gesagt, stelle ich Daten der Posmo-Genossenschaft zur Verfügung. Die Posmo-Genossenschaft, die kann dann diese Daten weiterverkaufen an DatenabnehmerInnen. Wie gesagt, das können Hochschulen sein oder Städte. Für diese Daten wird dann die Posmo-Genossenschaft bezahlt. Das sind diese pinken Pfeile. Und die Posmo-Genossenschaft gibt dann das Geld, wie gesagt, über diese Ostrom-Währung anteilmässig an die DatenproduzentInnen zurück. Der Datenfluss geht so eigentlich über einen Tech-Partner, das sind die blauen Pfeile, an Posmo. Je nachdem kann sich zum Beispiel auch noch eine Organisation dazwischen schalten. Also das heisst eigentlich, ich komme dann gleich noch zu einem aktuellen Beispiel von uns, dass eine SBB auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben ein Projekt, wir würden gerne Daten sammeln, dass sie dann wie innerhalb von diesem Datenpool einen separaten kleinen SBB-Pool haben, wo sie dann Leute direkt akquirieren und sie dann nicht, die Leute nicht mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Ich habe es gesagt, ich komme zu den aktuellen Projekten, die wir im Moment verfolgen. Das sind vor allem zwei, wo wir dran sind. Mit der Stadt Zürich haben wir das Glück, dass sie sehr interessiert sind, solche genossenschaftlichen Modelle auch auszuprobieren und in diesen Geschichten vorwärts zu machen. Zusammen mit der Uni Zürich, mit der Stadt Zürich und der Stiftung Risikodialog haben wir da ein relativ grosses Projekt auf die Beine gestellt, was eigentlich darum geht, dass wir auf die Leute, vor allem auf die Bevölkerung und die Arbeitnehmenden in der Stadt Zürich zugehen. Sie fragen, wollt ihr euch tracken lassen, damit wir im Moment zum Beispiel eine klimaneutrale Mobilität aufbauen können oder die Velo-Infrastruktur anhand von Tracking-Daten verbessern können. Es ist vor allem ein Projekt für die Stadt Zürich, auch um zu lernen, wie diese Datengenossenschaftsidee in der Verwaltung umgesetzt werden kann. Für die Uni Zürich ist es aber auch ein Forschungsprojekt. Sie wollen herausfinden, mit welchen Kommunikationslinien kann man die Leute am besten abholen. Also was muss man den Leuten sagen, welcher Absender sollte es am besten sein? Also soll eine solche Anfrage direkt von der Stadt Zürich kommen? Soll eine solche Anfrage eher von der Postmogenossenschaft kommen oder eher von der Uni Zürich? Und so wollen sie herausfinden, was funktioniert am besten, damit sich die Leute dann tracken lassen und diese Daten spenden für einen guten Zweck. Genau. Finanziert wird das unter anderem auch von der Stiftung Mercator der Zürich und von der Uni Zürich gemeinsam. ist also ein sehr breit abgestütztes Projekt. Ein anderes Projekt, das uns in letzter Zeit beschäftigt hat, ist Velobserver. Das ist eigentlich ein Projekt, wo die Leute Velorouten bewerten anhand von Fotos oder von Karten und so ein subjektives Abbild von der Veloinfrastruktur generieren und dann mit sehr vielen Daten versuchen wir eigentlich dann ein Netz zu haben, wo wir wirklich, wo wir auf jedes Segment sagen können, hier ist die Qualität vom Routennetz so oder so und das basiert auf den Subjektiven, auf dem Empfinden von den Leuten und nicht auf irgendwelchen Fachwissen, wie es heute sehr oft darüber gestritten wird. Der Vorteil ist so, mit diesen Daten kann dann natürlich auch verifiziert werden, ob ein Veloroutennetz besser wird. Das sind so zwei Beispiele, die uns im Moment am meisten bewegen. So ein bisschen, was schon passiert ist bis jetzt. Also wir haben 2020 eigentlich die POSMO-Genossenschaft geründet. Beide sind sehr viele Genossenschaftsmitglieder dazugekommen. Die App sollte demnächst auch public verfügbar sein in den App-Stores. Das heißt, dann kann sie eigentlich von allen Leuten heruntergeladen werden. Jetzt sind wir gerade an diesen Kollaborationsprojekten mit der Stadt Zürich, aber auch mit verschiedenen Fachhochschulen. Was es noch nicht gibt, ist dieser Datenmarkt. Also im Moment haben wir eigentlich noch gar nicht die Möglichkeit, Daten, die generiert werden, dann zu verkaufen. Und das ist der nächste grosse Schritt, als wir es möglich machen müssen, wie kann man mit diesen Daten dann eigentlich auch handeln, so dass die Privatsphäre gewährleistet wird und so, dass diese Daten nicht abgegriffen werden können und sich vermehren, ohne dass wir die Kontrolle darüber haben. Das wird so ein nächster Schritt, der auch sehr tricky sein wird, weil es in dieser Form relativ neu ist. Und dann natürlich unser Endziel, vielleicht ist es auch nur ein Etappenziel, dass wir in diesen Tracking-Apps und in der Erfassung von Mobilitätsdaten, zumindest in der Schweiz, auch eine gewisse Position einnehmen können, dass man dieses Datengenossenschaftsmodell auch respektiert, also etwas, das funktioniert und das auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Was bringt die Zukunft so an Datenthemen? Also das ist sehr spannend. Ich glaube, es wird nicht weniger geben an Daten, sondern es wird eigentlich immer mehr. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch über solche Modelle sprechen, die die Daten ethisch korrekt verwalten können. Der Mikrozensus, für die meisten ist das wahrscheinlich ein komisches Fremdwort, das ist aber die Statistik von der Mobilität der Schweiz. Da werden heute etwa 60.000 Telefonate durchgeführt und mit den Leuten werden dann ihre Tagesabläufe durchgegangen. Also da sagt man dann, ich gehe von da nach da, von da nach da, eigentlich wahnsinnig mühsam, wenn man sich das vorstellt. Also eine etwas veraltete Methodik auch. Und das wird jetzt aber erst das erste Mal, ich glaube, dieses Jahr wird das auch App-basiert gemacht. Es gibt noch beides, die Telefonate werden immer noch geführt, aber es wird neu auch über App, über Leute, die sich tracken lassen, dann dieser Mikrozensus erstellt. Der Mikrozensus sagt zum Beispiel aus, der Anteil am ÖV in der Stadt Bern hat sich so und so verändert in den letzten vier, fünf Jahren. Dann gibt es die Mobility-Pricing-Projekte. Da kommen jetzt diverse Pilotstudien in den Städten. ist noch nicht ganz klar, wie das aussehen wird, aber höchst wahrscheinlich werden auch diese Mobility-Pricing-Projekte, die werden datengebunden sein, dass gemessen wird, wie weit fahren die Leute und irgendwie muss das auch aufgezeichnet werden. Auch da, das ist natürlich eine Frage, sind denn diese Daten einfach beim Staat oder wer hat die Hoheit über diese Daten, wie können wir als Leute dann auch mitbestimmen, wie diese Daten genutzt werden oder wie sie eben nicht genutzt werden sollen. Ein letztes Beispiel, ich finde es noch spannend, sind so Ampelsteuerungen. Auch da, heute werden Ampeln eigentlich über Sensoren im Teer gesteuert, also im Asphalt, das sind so Vierecke, da fährt man drüber, es erkennt, wenn da Metall, eine Metallkiste drauf ist. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch ändern, dass entweder das neu über die Kommunikation von der Position vom Auto zur Ampel passiert, also auch da werden Daten anfallen, die Daten werden auch irgendwo hingeschickt werden müssen. Es gibt Beispiele in Holland, wo man mit einer App eine Ampel auslösen kann, wenn man auf die zufährt. Da wird sehr viel passieren in diesen Geschichten und überall sind Daten dahinter und überall muss man sich irgendwie auch überlegen, wie kann man diese Daten sinnvoll verwalten. die letzte Kapitel, das ist das kürzeste fast von Wie kann ich mitmachen? Wir sind sehr froh um alle Leute, die diesen Weg mit uns gehen wollen, die auch bereit sind, sich Gedanken zu machen, weil es ist sehr viel neu, auch wir wissen nicht, wie das am Ende dann rauskommt und was ideal ist. Ich glaube, es hat für jedes Fachwissen eigentlich Platz bei uns. Wichtig ist, wir sollten die Digitalisierung und eben diese Datensammlungen, die da noch kommen, nicht abwarten, wie das Wetter, sondern wir sollten das eigentlich antizipieren und bereit sein, wenn solche Themen aufkommen. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne eine Mail schreiben, ihr könnt uns antwitteren, könnt auch einfach mal die Statuten lesen. Wir haben jetzt im Moment sieht die Website noch nicht sehr schön aus, aber wir arbeiten daran, da kommt dann auch bald was Neues, das etwas anschaulicher ist und Genossenschafterin oder Genossenschaft kann man natürlich immer werden. Was man so macht in der Genossenschaft, man sammelt Daten, man kann mitdenken, wie sich dieses Postmodell weiterentwickelt oder wie es auch auf andere Themenbereiche übertragen werden kann. Und wenn ihr keine Lust habt, Genossenschafterin zu werden, ist uns schon sehr viel geholfen, wenn ihr einfach unsere Botschaft in die Welt hinausträgt und die Leute sensibilisiert für das Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch für die Einladung. Vielen Dank, Thomas, für die Ausführungen und die Erklärung oder das Nährbringen des, zumindest für mich, neuen Postmod-Projekts. Wenn ihr, liebe Zuschauer, auch Fragen habt, dann stellt diese doch gerne über die Chatfunktion gleich unterhalb des Streams. Wir haben noch ein paar Minuten. Bis diese Fragen eintreffen, beginne ich mal mit meiner oder einer ersten. Ich habe mich, vielleicht habe ich eine kätzerische Frage, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, wieso sollte ich zusätzlich Daten generieren? Also, du hast ja eigentlich damit begonnen, die SBB hat schon viele Daten, dann die Google, Apple und wie sie alle heissen haben viele Daten. Was wäre mein Interesse, zusätzlich Daten zu generieren? Ja, was wäre da mein Interesse oder andersrum gefragt, wäre euer Ziel eigentlich, dass auch solche Big Player quasi durch euch abgelöst seid mit dem Anspruch, dass ihr es halt eben Privatsphäre schon oder ethische gestaltet? Also, ich glaube, man muss realistisch sagen, so Big Player wie Apple oder Google, die werden diese Daten einfach immer weitersammeln, das werden wir nicht unterbinden können, aber du hast es eigentlich richtig gesagt, die Daten, die gibt es sowieso schon, also du wirst sowieso schon getrackt, vielleicht nicht ganz mit der Genauigkeit, wie wir es jetzt zum Beispiel machen auf der App, aber je nach App sogar auch sehr präzise, also die Daten gibt es, das Problem ist einfach, wir können diese Daten heute nicht nutzen für gemeinschaftliche Zwecke, die wirklich auch etwas bringen, für mich ist eher die Frage, ja gut, wie kann ich machen, dass die Daten, die ich sowieso erzeuge, dass die auch genutzt werden können, deshalb ist es wie, also die Frage ist entweder, ja, ich werde schon überall getrackt, weshalb noch da auch, für mich ist eher die Frage, wie kann ich machen, also von mir aus, wenn Google sagt, okay, ich kann, ich schliesse mich dem Genossenschaftsmodell an, Google will, dass diese Daten breit verfügbar gemacht werden und nutzbar gemacht werden, dann würde ich sagen, dann haben wir das Ziel erfüllt, dann muss man sich nicht mehr der Posmo-Genossenschaft anschliessen, weil dann sind diese Daten verfügbar, aber ich glaube, das ist einfach nicht realistisch im Moment. Ja, da habe ich auch, die Daten, das Goals des 21. Jahrhunderts wird niemand freiwillig preisgeben. Dann habe ich mich vorher auch gefragt, auf welche mit welcher Granularität können dann eure Genossenschaftler innen, Datenspender innen, wie auch immer ihr das dann nennt, bestimmen. Also die sagen vielleicht, ja, grundsätzlich kann man mich tracken, kein Problem, aber ich will vielleicht nur für dieses oder jenes Projekt meine Daten geben. Ist das möglich oder wie stellt ihr euch das vor? Das ist eine super schwierige Frage, weil das Problem ist natürlich auch ein bisschen, wenn wir jetzt ein Projekt hätten, das zum Beispiel die Strassenkapazitäten reduzieren will und man kommuniziert das so, dann würden höchstwahrscheinlich alle Leute, die Autofahrer sagen, für das gebe ich meine Daten nicht her und dann sind die Daten eigentlich wertlos, weil wenn man ein Autoprojekt machen will und die Autofahrerinnen und Autofahrer stimmen nicht zu, dann geht es nicht. Deshalb ist es eigentlich so, dass ganz grundsätzlich die Ethikkommission entscheidet, welche Projekte sind im Sinn der Statuten der Genossenschaft und die Genossenschaft können dann eigentlich Rechenschaft ablegen, indem sie die Ethikkommission abwählen, wenn es da grobe Verstösse gibt gegen die Statuten. Aber grundsätzlich ist es nicht in unserem Sinn, dass man einzelne Projekte rauskippen kann. Bei kommerziellen Projekten auf alle Fälle dort, wenn es mal kommerzielle Projekte geben sollte, da gibt es immer die Opt-in, also da ist es klar, aber bei gemeinschaftlichen Projekten gehen wir nach den Statuten. Ja, du hast ein gemeinschaftliches Projekt, das wird von den Statuten und der Ethikkommission festgelegt. Du hast am Anfang gesagt, ich habe den Namen vergessen, dass es wie eine eigene Währung gibt. Ich nehme an, das wird etwas abbilden. Wer viel Daten spendet oder sich häufig reken lässt, wird mehr zurückbekommen, andere weniger. Was kann man mit der Währung kaufen oder tauschen? Ja, also heute ist die Währung wirklich nur dafür da, dass es ein Abbild dafür ist, wenn man dann mal die Daten in Wert setzen kann, dass man dann anhand von der Währung eigentlich in echten Schweizer Franken oder was auch immer entschädigt wird. Also heute hat die Währung eigentlich keine tief vergehende Bedeutung, dass man sagt, ja gut, man kann sich einen Kaffee kaufen. Aber vielleicht wäre das auch etwas, dass man sich mal im Raum der Genossenschaft überlegen kann, ob die SBB vielleicht dann Billete zur Verfügung stellt, wenn man sich für sie tracken lässt oder so. Wir sagen zu viele, wie heisst die Währung schon wieder? Ostrom. Für genug Ostroms gibt es dann eine SBB-Tageskarte. Genau. Ja, klar, wieso nicht? Also machen ja letzten Endes gewisse andere Firmen auch so, so die grossen Schweizer Einkaufsläden, wir wollen ja jetzt den Namen nicht nennen, aber wir haben alle ihr Programm, was ja letzten Endes nichts viel anderes sagt, als wenn du mir deine Daten gibst, gebe ich dir Rabatt. Genau, nur bei der SBB geben wir die Daten, aber erhalten nichts. Ja, wir bezahlen sie aber auch mit unseren Steuern, also so gesehen. Ja, was ich auch fragen wollte, wenn ich als Genossenschaft beitrete, beginne ich Daten zu spenden, wenn ich mich umentscheide, kann ich dann meine Daten auch wieder zurückziehen und sagen, ich mache gar nicht mehr mit oder heisst dann, ja, du kannst jetzt zwar gehen, aber die Daten, die du gegeben hast, sind, bleiben bei uns. Also du kannst sowieso auch Daten spenden, wenn du nicht Genossenschaftsmitglied bist, dass du erhältst einfach das Mitbestimmungsrecht erst, wenn du in die Genossenschaft eintrittst, das ist das eine. Das andere, das ganz ehrlich gesagt, haben wir die perfekte Lösung noch nicht. Das Problem ist natürlich, wenn du mal deine Daten in den Genossenschaftspur gegeben hast und Ostrom erhalten hast und vielleicht auch schon entschädigt wurdest finanziell für diese Daten und danach sagst, so, jetzt nehme ich sie alle raus, weil jetzt habe ich das Geld erhalten, dann ist das problematisch, weil so kann man das System eigentlich ausnutzen. Andererseits ist es auch eine juristische Frage, wie können wir das überhaupt umsetzen? Also diese, du musst ja die Möglichkeit haben, all deine Daten löschen zu können. Und das ist definitiv noch ein Punkt, wo wir auch sehr dankbar um Ideen und Inputs sind, wie man das umsetzen kann dann. Und ist das Projekt auf die Schweiz begrenzt? Also ich nehme an, ich habe mal hier begonnen, weil ihr hier zu Hause seid, aber gibt es da Ideen? Also ich meine, Mobilität hat man je nach Verkehrsmittel weltweit, mit dem Rad vielleicht weniger als mit anderem, aber... Ja, also es gibt Ideen, es gibt auch so vage Gespräche mit anderen Ländern. Die Posmo-Genossenschaft ist jetzt mal die Posmo-Genossenschaft Schweiz, das heisst, es ist effektiv auf die Schweiz bezogen, aber das Modell könnte man natürlich übertragen auf andere Länder. Oder in einem Datenpool zusammenlegen. Genau, ja. Wir gehen da sehr agil vor, Schritt für Schritt. Gut, ich sehe im Moment keine weiteren Fragen mehr von Zuschauern. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den offiziellen Teil. Das heisst, es gibt noch einen inoffiziellen Teil. Ihr im Stream zu Hause seht unten dran noch einen Link für eine weitere Diskussionsrunde. Da lade ich dich, Thomas, ein, daran teilzunehmen, virtuell. Bitte euch Stream-Zuschauer, bitte einen kurzen Moment uns Zeit zu geben, um den Raum zu wechseln. Wir müssen physikalisch den Raum wechseln, wir werden dies aber gleich tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.